Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute wollen wir mal fünf Eier von Kinderüberraschung für Mädchen aufmachen. Da drin soll ja hier dieses Prinzessin Ding sein, hier von, wie heißt es, Frozen? Ist es richtig ausgesprochen? Ja, ich versuche das ein bisschen gesittet aufzumachen, weil ich die Vorderschale brauche, weil die werde ich sammeln, weil Ferrero hat jetzt so eine Aktion laufen. Wenn man 15 solche, ich sage mal, Vorderteile von den Eiern hier sammelt, bekommt man so eine Sporttasche, so ein Sportbeutel. So, mal gucken, was hier drin ist. Oh, hier haben wir schon die erste Figur, von insgesamt zwei, vier, sechs, acht Stück. Moment, ich setze mal kurz die andere Brille auf. Ja, das läuft doch schon mal ganz gut und so wie ich das sehe, ist das hier Anna als Kind. Genau, Anna als Kind. Könnt ihr euch gerne... Ups, könnt ihr euch gerne durchlesen. Dazu das anhalten. Dann gibt es noch Sven, Grant, Dabi, Krichow, Anna als Kind, Olaf der Eismann, Elsa als Kind, Anna als Groß und Elsa als Groß. Ups. So. So sieht die gute Figur aus. Ups. So. So sieht die gute Figur aus. Ups. Ups. Und dann machen wir das zweite auf. Das ist bestimmt irgendwas zum Zusammenbauen. Ja, ein bisschen hart die Schale. Hört sich auch an wie ein Teil. Nein, sind zwei Teile. Ist ja... Ja. Ein Spielzeug von Sprinti, aus der Serie Sprinti. Und das ist hier dieses Fingerbord. So sieht's aus. Zack. Kann man dann so hin und her. Da ist noch ein Aufkleber mit dabei. Ja gut, ob das sowas für Mädchen ist, bezweifle ich. Das ist ja eigentlich nur... Oh, ihr könnt auch noch eine Figur drin sein. Das ist ja eigentlich nur, damit sie die Hauptfiguren verschieden machen können. Die anderen, ich sage mal, Nebenspielsachen, die sind eigentlich gleich. Egal ob Mädchen oder Junge. Das finde ich auch ein bisschen... Ja. Schade. Oder... Aha. Ne, das ist keine Hauptfigur. Ups. Gut, das ist wieder speziell für Mädchen. Weil das ist nichts für Jungs. Weil Jungs machen sich, glaube ich, keine Haarspangen rein. So sieht das Ganze hier aus. Ja, da kommt ja nachher hier noch das Gummi rein. Das mache ich aber... Ups. Sonst wird das Video zu lang. Wir machen jetzt das vierte Ei auf. Und schau mal nach. Was da drinne ist. Ja, das hört sich auch wieder... Ha, ha, ha. Ist auch wieder genau das gleiche. Brauche ich also nicht rauspacken. Und jetzt machen wir die letzte... Das letzte Ei auf. Und schauen mal nach. Was es da so Schönes gibt. Aha. Wie man hört, hört man nichts. Aha. 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 Das ist auch wieder eine Figur. So wie es aussieht von... Äh... Von welcher Serie ist das jetzt? Diese grüne war doch eigentlich immer diese... Äh... Lass mich lügen jetzt. aus dieser Animal-Serie. So. Sieht ja cool aus. Ein kleiner Hund mit Windeln. So sieht er aus. Wow, wow. Ne. So muss ich ihn ja halten. Tja. Gut. Das war's mal wieder. Mit einem neuen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich sehr freuen. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.